Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Diesmal auch von Anfang an mit Ton. Ich bin begeistert. So, wir haben in der Nacht wieder ein bisschen Besuch gekriegt, aber das habe ich abgewehrt. Das ist alles gut. Da läuft noch eine. Meere, ui. Da war tatsächlich also eine Horde. Na gut. Da wollen wir auch gleich mal ein bisschen für Unbehagen sorgen. Da ist noch eine. Da war tatsächlich also eine Horde. Interesting. Vermutlich steckt ein, ne? Oh, das geht auch bestimmt verkehrt. Äh, so. Hä? Der andere ist gerade rumgefallen. Habt ihr es gesehen? Hinten links? Der andere ist gerade rumgefallen da hinten. Und der hätte einen Säckel fallen lassen. Hä? Die hätte ich doch gerade beballert. Und der ist einfach rumgefallen. Der ist einfach rumgefallen. Oder hatte ich den aus Versehen getroffen? Das kann eigentlich nie sein. Äh, okay. Naja, gut. Was ist denn Schema? Oh. Wann haben wir denn da? Ach, als ob. Das war aber locker. Der erste Treffer war schon locker drin. Locker. Wollen wir mal nichts erzählen hier. So, wieder schön lecker Fleischi. Jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Essensreserve zu Hause. Wobei, trinken müssen wir gleich nochmal gucken. Der Tau-Sammler, der müsste mittlerweile auch schon ein, zwei Gläser wieder voll haben. Der müsste sogar relativ, sich relativ schnell füllen. Weil er ja, glaube ich, drei Gläser, ich glaube, drei Gläser für 24 Stunden immer füllt, ne? Also, insofern war hier schon immer offen. Hier können wir mal gucken. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Bürostuhl oder sowas? Nee. Ah, das sind nicht die Dinger, die wir brauchen. Da würden wir wahrscheinlich mechanische Teile rauskriegen, aber... Ich glaube, nur, wenn wir die... Äh, rappen. Genau. Wenn wir die wrenchen würden. Ah, da kriegen wir nicht raus. Wer denn irgendwo ein Bürostuhl... Ach, guck mal, das müsste die Horde gewesen sein gerade. Na gut, okay. Dann pass mal auf. Lass uns mal gucken, dass wir hier erstmal... Dass wir hier erstmal mit uns ein bisschen Verteidigung bauen. Zum Baiten. Hier kommen sie doch ganz gerne lang. Ah. Ein bisschen mehr Platz. Trader Joltz hat offen. So, dann packen wir hier noch zwei, drei hin, dann passt das schon. Auf jeden Fall, dass die auch nochmal rumnerven wollen. Gut, das muss auch erstmal reichen. Mehr baue ich da jetzt auch nicht. Das muss reichen. Vielleicht mal interessieren. Ah, 500, okay. Da ist doch garantiert auch noch ein Zombie drin. Aber zumindest eine Spinne. Na, Min. Machen wir es halt so. So. Ist da noch jemand drin? Hallo. Ich glaube, von oben hätte man reinfallen können. So. Ich hätte ganz gerne... Ne, das nicht. Was soll ich denn mit Hemden? Siehst du, da wäre mir sicherlich durchgefallen. Durchgefallen oder wir hätten es durchprüfen können. Ja, siehst du, da kommst du mir rein, ja. Ja, okay. So können wir hier bei Fritz Cola eigentlich noch rein. Ich glaube, da war ja noch dieser Fritz Cola Automat dran, ne? Jo. Fritz Cola. Da war der Automat drin. Gut. Ja, haben wir. Das können wir verkaufen. Ähm, äh, das Hemd. Dann war es zerlegen. Brauche ich das mal nicht. Scheiße, wo können wir das eigentlich mechanische Teile denn noch? Äh, Teile. Das ist eigentlich mechanische Teile noch, ja. Wo kriegen wir das eine Stück mechanische Teile noch, ja. So. Das. Aber noch was zum Vertickern. Das verkaufe ich mal. Reifen, ja gut, behalte ich lieber noch mal. Dann, mh, das behalten wir. Den Wickel verkaufen wir. Äh, nee, mehr brauchen wir nicht. Ah, Raketenwerferteile, komm, verkaufen wir auch. Stahlspeerteile verkaufen wir. Stahlschlagringteile verkaufen wir. Haben wir hier noch was? Kapuze, 63, ja gut, verkaufen wir. Okay, mehr haben wir nicht. Schnell zum Händler. Ah, mechanische Teile. Wo kriegen wir dieses eine, eine Ding her? Mechanische Teile. Wahrscheinlich haben wir die zu Hause, oder? Warte mal, zu Hause? Also in meiner ehemaligen Base, vielleicht sollten wir da noch mal vorbeischauen, weil ich glaube, die Chancen-Teile haben wir da damals nicht mitgenommen. Vielleicht haben wir Glück und sind da vielleicht, da sind noch vielleicht noch ein paar. Das könnte man vielleicht noch mal machen. Mal schnell hingucken. Ich glaube, wir waren hier, um zu kaufen. Ich habe die beste Selektion von Medizin in der Wasteland. Das werden wir sehen. So. Verkaufen, 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 verkaufen. So. Haben wir 2034. Lucky Looter. Robotik, Drohne, Scheinwerfer, Mod. Amboss. Fertigungsgeschwindigkeit. Was kostet der? 684. Und oder Munition. Munition. Was hast du sonst? Bücher. Was hast du an Büchern oder Heften? Shotgun Weekly. Verbesser die Fertigkeit zur Fertigung von Schrotflinten. Handwerksfertigkeit. Elektro. Ein glückliches Sammler. Man kann nie genug Munition haben. Finde mir Munition in Beute. Auch eigentlich ganz geil, ne? Auch eigentlich ganz gut. Schrotflinten Messias. Na. Also das finde ich auch nicht schlecht. Schrotflinten Messias. 1400. Hätten wir 600 noch über. Was hatte er noch? Irgendwas hatte ich hier doch noch. Fand ich doch noch super. Was wollte ich denn jetzt noch kaufen? Den Amboss. 684. Haben wir natürlich recht. Jetzt natürlich nicht mehr. Ja gut. Amboss kaufen wir sonst mal. Na natürlich ist wieder Pisswetter draußen. Na ist klar. Da kriegen wir auch nichts weg. Auch nichts weg. Gehen wir auch nicht rein. Okay. Na gut. Pass auf. Dann lassen wir uns mal ganz schnell nach Hause. Also ins ehemalige zu Hause laufen. Und gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch mechanische Teile haben. Weil dann können wir die Ranch bauen. Wenn wir die Ranch bauen können, dann können wir auch einige Sachen noch mehr machen. Dann kriegen wir nämlich mehr Ressourcen. Dann kriegen wir Schraubenfedern. Wir kriegen mechanische Teile. Wir kriegen elektrische Teile. Wir können ein bisschen feinmaschiger looten gehen. Das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Dann lass uns da mal eben hinjucken. Sollte eigentlich reichen von der Zeit. Wir haben es 10 Uhr. Hin und zurück. Zack. Jeweils ein Kilometer. Ohne schon wieder Kampfmusik. Warum? Ich will das nicht. Keine Kampfmusik. Ich habe doch keinen Bock drauf. Wir haben heute Nacht schon genug. Beziehungsweise heute Abend. 22 Uhr, wenn wieder der Tanz losgeht. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf, muss ich dazu sagen. Ich werde aber überwiegend versuchen, wieder mit Pfeilen und Bogen zu arbeiten. Wenn die Viecher in die Spikes reinlaufen, dann haben wir auch Chance, dass wir dieses nur so weit runter kochen, dass wir die mit den Pfeilen dann nur noch exekutieren müssen. Und dann läuft das schon. Ich weiß nicht mehr, ob wir mechanische Teile noch da hatten. Aber wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es gleich sehen und dann nehmen wir wieder ein paar Sachen mit. Dann passt das schon. Weil ich glaube, die mechanischen Teile hatte ich jetzt nicht unbedingt priorisiert beim letzten Mitnehmen. Deswegen hatte ich, glaube ich, noch Fleisch mitgenommen. Fleisch hatte ich, glaube ich, mitgenommen. Die Eier hatte ich mitgenommen. Scheiß ein bisschen Eisen. Aber ich glaube, mechanische Teile waren nicht dabei. Oh, dieses Stamina. Dieses Stamina. Wir brauchen dringend ein Mini-Motorrad. Es geht doch klar. Ich... Okay. Man sieht jetzt gut gemeinsam. Ich guck mal hier ist gut Kohle. Da ist Kohle, da ist Kohle. Das ist blei. Ja ... das geht doch klar ist die trat ein bisschen blei ressourcen haben wir ganz gut in der umgebung naja an ressourcen wird es uns nicht mangeln also auch messing und so weiter ist eigentlich meistens easy peasy wenn es gleich so weiter geht dann wird es doch ein bisschen eng von der zeit aber muss ja gucken muss auch ein bisschen mit dem asch wir müssen noch ein bisschen zum material kommen jetzt haben wir schon 45 fleisch wieder dabei 46 50 50 fleisch haben wir schon wieder gesammelt geil und pia finden man will schon bacon ex dann sieht es momentan gar nicht so schlecht aus essensmäßig getränke ist ein bisschen mau aber damit zumindest schon mal ein tausammler da sind wir schon mal gerade vor das ist gut ich brauche mechanische teile da würden wir auch mechanische teile rauskriegen aber die kriegen wir eben halt dann nur raus wenn wir eine ranch haben also finden wir rein entweder rein zufällig eine ranch oder wir bauen eine und ich denke mal wie schon sagte bürostühle ich denke mal wenn du die scrappst dann kriegst du auch mechanische raus ich glaube ja mitunter wohl kriegst du da nicht nur leder raus müssen wir so mal gucken müssen mal sehen wenn wir irgendwo mal im bürostuhl finden und wir das mal austesten weiß ich gucke jedes mal so noch 150 meter knapp und dann gucken wir gleich mal hoffentlich haben wir noch mechanische da das wäre super das wäre richtig top ich hätte sowieso gesagt ich muss sowieso noch zwei mal herlaufen also von daher was ist ganz gut wenn wir noch sachen brauchen dann sind die wege wenigstens umsonst oder tünchen lasse ich mal in ruhe du hast nicht genügend ausdauer so was können wir mitnehmen ich nehme mit dich nehmen wir mit farben nehmen wir mit haben wir keine mechanische da haben wir keine mechanischen doch keine mechanischen die saaten nehmen wir mit eisen nehmen wir mit elektrische nehmen wir mit messer macheten haben einen haben keinen kopf der beschwert werden kann nachkampfwaffen verursachtschankstäuben verlangsamen ach man scheiße das können wir mitnehmen das nehmen wir mit ja scheiße ich dachte wir hätten hier noch mechanische mist 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 hatten wir die anscheinend doch schon mit na gut ist dann halt so ist halt pech was die können wir mitnehmen sonst sind wir auch schon wieder voll schade 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 er hätte ja passen können die autos davon hatten wir auch schon alle gelootet naja machen wir uns nichts vor ah scheiße hätte ja passen können hätte ja passen können so wie der feil hier gerade gut wieder zurück was bin ich froh dass wir die neue basis gebaut haben beziehungsweise dass wir den anderen händler gefunden haben oder händlerine gefunden haben weil auch mal stellt euch mal vor wir hätten diese ganze zeit diesen weg laufen müssen weil die meisten quests von von trade direct waren ja hier in händler in der innenstadt jedes mal diese ein kilometer laufen gut wenn du nachher ein motorrad hast oder mini motorrad ist nicht so schlimm aber so da drehst du ja durch wenn du jedes mal die ganzen wege latschen muss sehr ekelhaftig 14 uhr ja dann können wir jetzt nur noch hoffen dass vielleicht einer der zombies vielleicht mechanische teile dabei hat wir können höchstens gleich nochmal gucken ob trader gen ob die ob die vielleicht doch nochmal mechanisch hat beziehungsweise wann sie reloot beziehungsweise restock hat ich versuch es nochmal ich versuch es nochmal scheiß drauf plastik ich brauch nur ein ein mechanisches teil natürlich nicht ja die zweite horde schon zeit ist wirklich wie im flug vergangen wir müssen echt sehen dass wir dann nachher ja wir müssen unbedingt sehen dass wir auch mal an der basis mal weiterbauen das haben wir jetzt irgendwie schon zwei tage nicht mehr gemacht oder drei also ein bisschen jetzt mal wieder ein bisschen gas geben wollen wir noch holz gleich mitnehmen bisschen zeit haben wir ja noch aber wir sind gleich überladen naja komm wenn wir einen platz überladen sind ist es nicht so schlimm mal ein bisschen holz brauchen wir wenigstens dann wenn wir weiter bauen wollen brauchen wir sowieso holz um die wände einzuziehen dann kriegen wir vielleicht ein bisschen ein bisschen honig mit jawohl so 15 22 so da ist ein mechanisches teil dran keine mechanischen teile für papi das ärgert mich wieder fehlt wieder ein mechanisches aber ich bin zumindest schon mal ganz froh dass wir uns jetzt schon eine wrench craften können weil vorher brauchst du ja glaube ich vorher brauchst du glaube ich Stahl und eine Werkbank und jetzt kannst du halt so aus dem Stegreif bauen das wird die Materialien natürlich hast aber die ist verhältnismäßig günstig also von daher kriegt man relativ schnell eine wrench also kriegt man relativ schnell Material zusammen da kann man sich auch relativ schnell dann schon so ein kleines Vermögen aneignen der einzige Nachteil ist wieder der einzige Nachteil ist wieder dass wir dafür wieder die Repaircats brauchen aber gut jetzt haben wir eine Schmiede das heißt wir können da Klebeband und so weiter gut das können wir so craften aber wir können halt ein geschmiedetes Eisen herstellen das ist okay das geht schon klar so gleich wieder zuhause kurz nochmal zu Trader Jen und gucken wann sie Restock hat eventuell Mechanische kaufen insofern sie doch welche hat glaube ich aber nicht so wir haben uns gleich wir haben uns gleich ja hier müssen wir mal ein bisschen weitermachen haben wir noch etliches an Arbeit vor uns bevor wir hier zu was kommen müssen wir mal sehen ob wir direkt nach der Horde nachher ob wir da erstmal an der Basis weiter bauen oder ob wir dann weiterhin Quests machen wobei Priorität hat dann erstmal die Wrench weil wir damit wie gesagt die Teile rankriegen dann kriegen wir die Teile ran können wir die Teile verkaufen haben wir das Geld haben wir auch gemacht können hinten in ihrer Butze nochmal gucken ob sie da nicht noch einen Bürostuhl hat oder ob die überhaupt noch irgendwo Bürostühle sind ich habe so das Gefühl dass du Dr. Jen magst so oft wie du hier bist ja natürlich natürlich so was wollen wir wollten wir irgendwas verkaufen eigentlich nicht wir wollten eigentlich kaufen äh nö ein Hauch von wann hat sie Restock 16 ok na gut dann ähm Baseballschläger hatte sie um war acht scheiße drei Baseballschläger 6463 und verkauft sie drei Stück aber sie hat nichts sie hat einfach nichts ist das so ist da echt eine Zombie Apokalypse da draußen wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen so da ist aber nichts hier ist auch kein Stuhl auch nichts nee kein Bürostuhl hier irgendwo nach was man mal eben scrappen kann nope einfach nope einfach nischt gar nischt scheiße gut aber erstmal ausmüllen erstmal ausmüllen und vielleicht buddeln wir dann sogar noch ein bisschen gleich und dann haben wir ab 18 Uhr fängt sie zu hören ja Gewitter Gewitter ja dann gehen wir noch ein bisschen buddeln gleich gut das weg das weg dann packen wir noch das weg das weg das weg das weg gut das weg das weg okay okay in Ordnung so das ist okay das behalten wir noch gerade Geld behalten wir auch erstmal am Mann so auf jeden Fall können wir jetzt auch gerade nicht tun also Steine können wir nicht im Moment keine Steine 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 keine Steine vier Steine ein paar Steine nur keine guck mal wenn wir die fünf mit die wir gerade weggepackt haben hatten wir nicht noch mehr Steine ach hier sind noch welche meine ich doch so dann buddeln wir noch mal einen Augenblick bis 21,30 jetzt brauchen wir nur noch drei Habse sehr gut wenn ich noch sogar einen Punkt oder sowas ja ein Punkt meine ich doch ähm da kriegen wir mehr da haben wir 60% mehr Erzsteine Geländeblöcke und Bäume mit Äxten Spitzhacken Schaufeln Kettensäge oder Entbruchern ähm ja Legersmann vom Landeleben isoliert machen wir später Eisenermagen Maschinengewehr Bogen schießen würde ich eigentlich auch ganz gerne skillen aber dafür brauchen wir mehr Attribut Beweglichkeit jetzt brauchen wir drei Fühler ja mal ein Punkt rein okay gut noch ein bisschen Zeit für drei bis 22 Uhr und dann geht das haben sie mal los und wir müssen sich überlegen ob wir dann halt den nächsten Tag ob wir dann nochmal konsequent Quests machen und ich würde natürlich schon ganz gerne schon ganz gerne halt die Ranch fertig bauen aber das ist eigentlich ein Steil dann einfach mache ich mir hier im Prinzip auch doppelte Arbeit gerade oder wir würdeln uns hier vielleicht erstmal runter vielleicht einfach erstmal runter würdeln oder wie immer wieder Q2 viel 2 A Hier müssen wir ja auch noch Wände einziehen, müssen wir auch noch machen. So, gleich 21 Uhr, das heißt, wir können uns dann gleich schon mal mental darauf oberreiten. Gut, dann können wir schon mal die Mauer einziehen, dann machen wir das nämlich hier einmal komplett zu. Ja, machen wir das. 21 Uhr, du bist durstig, gut, dann essen und trinken wir noch kurz was, bevor es dann losgeht. Dann geht's hier los, Tag 14. Hoffentlich können wir ein bisschen was abgreifen. Mal was trinken, achso, apropos trinken. Oh, siehste, komm, haben wir schon drei voll, siehste. So, einmal reparieren, einmal reparieren. Dich brauchen wir gerade nicht. Das weg, das weg, das weg. Ja, nehmen wir noch die Shotgun mit oder nicht? Ja gut, die können wir sonst, ja komm, vorsichtshalber, falls wir sie brauchen. Ich weiß ja nie. Mal was trinken. Gut, es geht los. Die Mollys lasse ich auch nochmal gerade zu Hause. In den Gästen. So kommt, kleine Zombies, ich habe was vorbereitet für euch. So kleine, kleine Zahnstocherlies habe ich euch vorbereitet. Kleine Zahnstocherlies. Die kommt von da. Die kommt von der anderen Seite, ne? Die kommen irgendwo von da hinten. Die kommen irgendwie durchs Gebäude, habe ich das Gefühl, ich will nicht hoffen, dass die nachher da irgendwo durchkommen, sonst habe ich echt Geburtstag. Sonst würde das ganz, ganz schrecklich nochmal. Ach, da war einer gerade. Sehr schön. Ja, die sind irgendwie auf der Seite. Ah, guck mal, jetzt kommt es auf die Seite. Da sind meine mechanischen Teile drin. Das sehe ich ganz genau. Ah, die sind aber alle irgendwo da hinten gespawnt. Das heißt, die hauen sich hier durchs Gebäude durch. Finde ich jetzt nicht so schön. Da vorne habe ich Schiss, dass sie sich irgendwie so durchkloppen, dass sie nachher über das Dach kommen. Da habe ich mir gar keinen Bock drauf. Ich gehe mal gerade runter. Ich gehe mal gerade runter. Ja, komm mal alle nach vorne, das ist gut. Ja, komm mal alle nach vorne, das ist gut. Oh Gott, sehr schön. Da lebt ja noch wer. Oh, da ist auch noch ein Säckel. Ah, sehr gut. Ah, die hauen sich hier durchs Gebäude durch, ne? Und, hm. Also nach und nach meine Basis kaputt. Oh, komm schon. Oh, ich treff nix. Ach, die Scheiße, jetzt sind sie drin. So. So, kommt noch mal ein bisschen nach vorne, Jungen und Mädels. Da drin, da braucht ihr nicht suchen. Ich bin hier. Kommt mal vielleicht hier rüber, so, dass ihr vielleicht ein bisschen durch die Spikes rennt. Jetzt haben sie da drin, das ist zu Matsch. Er kommt schon. Er kommt. Er ist doch nicht weit. Er kommt schon. Na, komm. Kommt raus. Na, komm. Na, komm. Lass dich blicken. Ist doch nur ein Steinfeil. Tut doch nicht so weh, komm. Ja. Ich treff den einfach nicht, den Kerl. Ich werde auch nicht verrecken, ne? So, wieder einer. Lauf doch nicht. Nein, nicht rein. Bei den Spikes ging es natürlich nicht rein, ist klar. Ich glaube, wir sollten drinnen auch noch ein paar Spikes. Am besten auch noch ein paar Spikes verteilen. Die Musik wird leiser. Das heißt, es sollte eigentlich gleich geschafft sein. So, kommt schon. Ich will doch noch ein bisschen looten. So, leiser. Noch leiser. Zwei, wir sind jetzt noch da. Nicht reinlaufen. Brav. Was wollt ihr denn da drinne? Da ist kein Weg zu mir. Da ist kein Weg. Da ist kein Weg für euch, hoffe ich. Naja, im Prinzip können sie schon. Also, wenn sie es richtig anstellen, dann können sie es schon machen. Na, kommt. Ich glaube, ich werde sie gleich mal mit einer 67er mal begrüßen. Und sterben sie wenigstens mal. Na, komm. Lasst euch die lange bitten, der Papi ist doch da. Der Papi hat zu jedem was. Muss keiner leer ausgehen. Ah, siehst du, da kommt nämlich schon wieder der Nächste. Hm. Na, komm. So, einer weg. Oh, wenn man den übrigens treffen würde. So, komm. Na, komm. Na, komm. Ein oder zwei müssen es noch sein. Wieder ein Zeckel da unten. Na, komm. Na, komm. Zeig dir ein schönes Köpfchen. Na, komm. Oh, als wenn ich nicht treffe. So, das war's. Okay. So, da sind jetzt Mechanische dran. Nein. Werkbauhelm ja schön und gut, aber brauchen wir nicht. Gut. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Das haben wir ja noch rausgekriegt. Ja, gut. Ein paar Dosenfutter. Ja. Ist jetzt entspannt. So, lassen wir das mal weg. Werkbauhelm. Ja, den können wir sonst auch erstmal einlagern. So, da ist auch nichts weiter. Und. Ja, perfekt. So, die Waffe lassen wir hier. Was zu trinken haben wir noch dazu bekommen. Das ist nett. Das lassen wir auch nochmal hier. Pfeile können wir sonst gleich noch mal gucken. Pfeile, 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 Pfeile. Aber machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Sonst überschließt sich das hier so ein bisschen. Ja, wir haben die Horde überlebt, würde ich sagen. Und ja, machen wir dann gleich mal weiter mit Buddeln. Heute machen wir noch ein bisschen Hände auf Laun, noch ein bisschen Arbeiten, ein bisschen Buddeln. Und dann soll das passen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir in der nächsten Folge. Sagen wir in der nächsten Folge wieder. Nach der Horde ist vor der Horde. Na, sonst an Tag 21. Aber ja, machen wir mal. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.